Kapitel 14 Die drei Tage vergingen einer Flut an Kalkulation, Konstruktion und einem Bravourstück der Ingenieure, auf das Tony stolz war. Er verbrachte diese Tage weggesperrt in seiner Werkstatt, wurde nur ab und zu von Bruce und Steve besucht, die ihm Hilfe anboten. Zum Großteil bestand diese Hilfe daraus, dass sie Tony Essen und Kaffee brachten, da Peppa den Teil des Jobs ja quittiert hatte. Tony ließ sich immer nur erschöpft in sein Bett fallen und sehnte sich dann immer nach Loki, doch der Gott tauchte nicht auf, wie es der Plan war. Ein idiotischer Plan, wie er immer dachte, wenn er aufwachte und Loki neben sich erwartete, ob er dann doch immer alleine war. Als er den Gott das nächste Mal sah, nach drei wirklich langen Tagen, tauchte dieser einfach unspektakulär im Wohnzimmer des Erfinders auf. Tony, Bruce und Steve nahmen gerade ein Frühstück vor dem Kampf ein, welches aus Haferbrei für den Supersoldaten, Toast für den verstrahlten Typen und einem schönen Glas Scotch für den klugen Playboy bestand. Wenn er gefragt würde, würde Tony sagen, dass das immer sein Frühstück war. Niemand fragte jedoch. In Wahrheit musste er sich nur beruhigen, wenn er daran dachte, was ihm bevorstand. Steve und Bruce sahen die strahlend gerüstete Version aus den Augenwinkeln, sprangen auf die Beine und waren bereit, den Gott anzugreifen, sollten sie Anzeichen der Gefahr spüren. Tony sah zwischen den beiden Parteien hin und her, zwei in typischer Avengers-Kluft und Loki in seinem langen Lederumhang, der so wunderbar über seine starken Schultern hing und sein goldener Helm glänzte in der frühen Morgensonne. Sein grünes Cape hing hinter ihm über seine Schicht der Rüstung. Loki schmunzelte bei der Reaktion und hob die Hände in friedlicher Geste. »Ihr müsst wirklich beginnen, mir zu vertrauen, Rogers und Benner.« Tony bekämpfte den Drang, einfach hinüberzugehen und mit dem Gott rumzumachen, so wie er dastand in seiner Lederkluft. »Ich bin euer Verbündeter in diesem Fall.« Anstatt sich zum Narren zu machen, brachte Tony ein einfaches »Guten Morgen, Loki, willkommen zurück im Tower« heraus. An seine beiden Freunde schickte er einen bösen Blick, bevor er zu Loki sagte, »Bitte, mach es dir bequem, die Avengers sollten auch bald hier sein.« Der Gott drückte eine Faust gegen die Brust und nickte dankend und setzte sich dann schmunzelnd auf eine der verschwenderisch niedrigen Couchen im Zentrum des Raumes, wobei er dabei den Helm abnahm. Als ob es ein Zeichen wäre, ertönte das Geräusch des Helikopters, der die anderen Avengers, die Agenten und den Direktor herbringen würden. Besagte Personen kamen ein paar Minuten später über den Balkon ins Wohnzimmer. Sie erstarrten jedoch, als sie den Gott in voller Rüstung sahen, der wie ein normaler Gast vor ihnen saß. »Entspannt euch«, meinte Tony und wirkte ihre Sorge ab, auch wenn Clint seine Hand nicht von seinem Bogen an seiner Seite nahm. »Wollt ihr was zum Frühstück?« Der Direktor schenkte ihm einen so wütenden Blick, dass Tony kurz verstummte. »Seit wann ist er hier?« »Ich bin gerade erst angekommen, Direktor«, antwortete Loki ruhig. »Ich nahm an, ich könnte Ihnen den Trip in die Kerke ersparen, indem ich gleich hierher komme.« Nick schüttelte den Kopf und Agent Romanov schritt ein mit verschränkten Armen und einem Blick, als wäre sie bereit für eine besonders schwere Mission. »Hast du die Erlaubnis bekommen, uns dort hinzubringen?« Tony sah einen Funken Ärger in Lokis Blick. »Mein Vater war zögerlich. Um eine lange Geschichte kurz zu halten, es hat eine Menge Verhandlungen benötigt, aber nachdem ich glaubhaft erklärt habe, wie sehr die neuen Welten in Gefahr sind, hat er eine Ausnahme gemacht. Und zwar nur die eine.« Er erwidert Fuehs argwöhnischen Blick. »Ich darf meine Magie auf Midgard trotzdem nicht einsetzen, also ist eure Welt sicher vor meinen – wie habt ihr es genannt? – ach, meiner psychotischen, massenmörderischen und derangierten Göttlichkeit.« Er schien Tonis warnenden Blick zu ignorieren. »Davon abgesehen, was ihr von mir denken mögt. Ich bin hier, um zu helfen. Ihr solltet mir diesbezüglich vertrauen, denn ohne mich ist die Hoffnung gestorben, die Schitauri zu erreichen.« »Eingültiger Punkt«, stimmte Natascha zu und ging auf den Gott zu. Sie bot ihm plötzlich ihre Hand an. Loki beäugte sie erst, bevor er sie einmal kurz schüttelte. »Es ist gut, dich auf unsere Seite zu wissen.« »Wenn du ihn wirklich auf deine Seite ziehen willst«, begann Toni. »Sag, dass wir geehrt und geschmeichelt sind, die Hilfe eines der mächtigsten göttlichen Wesen zu erhalten.« Loki schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen wegen seinem Freund. »Ich fühle mich geärzt, Dark.« Dann warf der Ektor Furi ein. »Bring uns in einem Stück hin und zurück, und ich könnte überlegen, dich nächstes Mal nicht einzusperren. Das ist das Level an Vertrauen, das ich dir geben kann.« Loki schenkte Furi einen bedeutungsvollen Blick. »Wenn du mir das versprechen kannst, hast du nichts zu befürchten von mir.« »Es ist diese Art von Furcht, die mich vorsichtig werden lässt«, antwortete Nick ernst. »Das solltest du auch. Ich bin immer noch ein Gott von Asgard.« Steve, der sich wieder an die Bar gesetzt hatte, meinte zu den versammelten Avengers und Loki, »Da wir jetzt alle hier sind, würde ich gerne den Plan durchgeben, bevor wir losgehen, Direktor.« »Vielleicht sollten wir Loki zuerst seinen Plan erklären lassen«, schlug Furi etwas zögerlich vor. Loki strahlte bei dem Vorschlag und tat, wie ihm geheißen. »Nun denn, es ist effizient für mich, euch alle zusammen zu transportieren.« »Mr. Furi, ich habe die leise Ahnung, dass Sie alleine zurückbleiben werden.« »Deswegen nennen Sie mich Direktor.« Sein fehlendes Auge spielte auch eine Rolle, aber das würde er dem nordischen Gott nie zeigen. Toni schenkte ihm einen wissenden Blick. »Sobald wir alle hier versammelt sind, werde ich Thor von Asgard holen. Danach liegt es an ihrem Plan, Direktor.« Toni konnte sehen, dass Loki versuchte, es Furi recht zu machen, um sein Vertrauen zu erlangen und dazu sich noch in dieser Hierarchie unter ihn zu stellen. Es war ein weiser Zug und schien zu funktionieren, denn Furi nickte anerkennend. »Ihr werdet als Squad zusammenbleiben und jeden Raum nach Starks Maschinen absuchen. Wenn und falls ihr auf Chitauri-Soldaten trefft, werdet ihr sie vernichten. Fragt nicht nach, sie werden euch nur in den Tod schicken.« Bei den Worten nickte Loki und Furi fuhr mit seinem Plan fort. »Findet den Anzug und die Waffen. Ich würde es bevorzeigen, wenn ihr sie hierherbringt. Aber wenn es nicht möglich ist, erwarte ich, dass sie unwiderruflich zerstört werden.« Dabei sah er Toni an. »Zerstört sie nicht, wenn es nicht nötig ist,« antwortete Toni darauf. »Ich würde sie gerne analysieren.« Bruce sah ihn skeptisch an. Er warte das nicht von dem Hulk. Toni klopfte seinen Freund auf die Schulter. »Der wird zu sehr beschäftigt, sein Mini-Godzillas zu zerstören.« Furi wandte sich ihm wieder zu. »Toni, du weißt, was passiert ist, als du nach Afghanistan zurückgekehrt bist. Ich erwarte, dass du nicht den Kopf verlierst und Rache an deiner Gefangenschaft nimmst. Diese Mission besteht darin, deine Technologien zurückzuholen, nicht um einen neuen Krieg zu beginnen.« »Ich glaube, Loki hat den Rachepart schon etwas ausgefüllt,« antwortete Toni leise und sah zu dem Gott, versuchte seinen Blick zu lesen. Das schien jedoch nicht zu funktionieren, da sich die anderen Avengers ihm ebenfalls zuwandten. »Loki«, sprach ihn nun Steve an, »hast du einen Tipp oder Rat, wie wir die Chitauri angehen, den wir befolgen sollten?« Diese grünen Augen wurden dunkler, und Toni sah beinahe den Schatten der Erinnerung in Lokis Augen funkeln. »Lasst euch nicht von ihnen gefangen nehmen.« Er sah jeden Einzelnen von ihnen an. »Ein Sterblicher würde das, was sie mich durchmachen ließen, nicht überleben. Und genau das würden sie mit euch anstellen.« »Gut zu wissen,« antwortete Clint, der endlich seinen Bogen gesenkt hatte. Fuey führte mit dem Plan fort. »Nachdem ihr die Technologie gefunden habt, wirst du, Loki, sie wieder zurückbringen.« Loki nickte. Sein Blick war wieder unlesbar wie zuvor. »Nehmen wir an, wir sind immer noch am selben Ort versammelt, werde ich uns gesammelt zurückbringen. Wenn meine Energie erschöpft ist, werde ich nicht für Nachtzykle zurückkehren können. Ich würde ein paar Stunden Ruhe brauchen, um euch zurückholen zu können, und bis dahin werdet ihr wohl gefallen sein.« Er sah erneut Ernst von Person zu Person. »Bleibt nicht zurück.« »Ich schätze deine Vorwarnung,« sagte der Direktor und nickte ihn zu. »Ist der Plan klar?« Nach einem generellen Konsens wandte er sich dem Gott wieder zu. »Loki, bist du bereit?« Er stand auf, setzte seinen Hornhelm wieder auf und sagte, »Das bin ich.« Tony fragte daraufhin, »Was sollen wir tun?« »Zieh deinen Anzug an, Stark«, sagte Loki kurz angebunden. »Ich nehme an, du hast dein System upgraden können.« »Besser als je zuvor,« antwortete Tony mit einem zufriedenen Grinsen. »Büren gleich zurück.« Bald waren alle, inklusive Tony, fertig angezogen und vorbereitet und standen um Loki in einem Kreis in dem großen Raum. »Damit dies funktioniert, braucht ihr Kontakt zu mir,« erklärte Loki. »Es wäre natürlich am besten, wenn ihr euch an mir festhaltet, aber es sollte auch funktionieren, wenn ihr euch an jemanden festhatte, der mit mir Kontakt hat.« Tony, dessen Maske seine wahren Gefühle nicht zeigte, steckte eine gerüstete Hand aus und legte sie sanft auf die Schulter des Gottes. Loki lächelte ihn kurz an. Der Rest der Avengers folgte daraufhin und legte entweder eine Hand auf die Schultern oder den Rücken des Gottes, aber die andere Hand wiederum sicher an einem der Avengers neben ihnen. Direktor Fury stand ein paar Meter entfernt und sagte zu der verwobenen Gruppe, »Avengers, ich erwarte, dass ihr Leben zurückkehrt und stellt nichts Dummes an.« Loki nickte und sah jeden Avenger noch einmal einzeln an. »Seid ihr alle bereit?« Es folgte angespanntes Nicken. Tony senkte seinen Visier. Der Bildschirm kam flackern zum Leben, sobald es geschlossen war. »Beat me up, Scotty.« Es folgte eine Art Sturz, wie Tony ihn erlebt hatte, als er Sleipnir geritten hatte. Nur dieses Mal versagte sein Herz nicht und er war sicher in seinem Ironman-Anzug. Sein Bildschirm flackerte, Lokis Gesichtsausdruck war dunkel, aber immer noch für ihn sichtbar. Er schien sich wirklich zu konzentrieren. Seine Beine fanden wieder festen Boden und plötzlich schien die Schwerkraft wieder zu funktionieren. Sein Bildschirm flackerte erneut, bevor er sich wieder konzentrieren und etwas sehen konnte. »Jarvis«, fragte Tony nach, »das System funktioniert, Sir.« Tony sah sich um. Die Avengers sammelten ihre Besitztümer ein und sahen sich in dem Höhlenartingang um, der mit diesen verdammt grünen und orangenen Flammen erleuchtet wurde. Tony sah zu Loki, dessen Blick purer Hass ausdrückte. Tony nahm nicht die Hand von Lokis Schulter, wie die anderen es gemacht hatten. »Loki«, sagte er mit ruhiger Stimme, »Hol Thor, wir werden hier auf dich warten.« Der Gott sah zu ihm hoch, auch wenn er Tony's Gesicht hinter dem Visier nicht sehen konnte. Loki nickte und schob die Hand an seiner Schulter sanft von sich. »Ich bin sofort wieder da«, sagte er kurz angebunden und war verschwunden. Steve oder Captain America sah sich noch einmal um. »Wir sind anscheinend in einer Höhle. Ich kann zwei Richtungen sehen, in die wir gehen könnten.« Er wandte sich Tony zu. »Kannst du das Areal nach deiner Technologie scannen?« Tony schüttelte den Kopf. »Ich kann durch diese Felsen nicht scannen. Wir müssen einfach einen Weg auswählen oder Loki fragen, ob er den Weg noch weiß, als er...« Plötzlich schwang ein roter Umhang vor ihn und Thor, der Gott des Donners, stand in ihrer Mitte, Loki an seiner Seite. Thor sah jeden in der Gruppe an und grinste breit. »Meine Freunde, es ist schön, euch wiederzusehen.« Sein Blick lag auf Tony. »Stark, ich bin froh, dass es dir wieder besser geht.« Er klopfte mit seiner massiven Hand auf die Schulter, die in der Rüstung steckte. »Wir müssen uns bewegen«, drängte Loki sie in einen Tunnel zu ihrer Rechten. »Folgt mir und bleibt wachsam.« Die Avengers taten, wie ihn geheißen, und folgten dem Gott, als er sie durch die gewundenen Gänge führte, die in dem Stein gehauen waren. »Wie viel Schitauri hast du am Leben gelassen?« fragte Clint Loki, den Bogen bereit mit einem Pfeil eingespannt. »Genug, um ein formidables Problem darzustellen,« antwortete Loki kurz und bündig. »Das ist ein selten genutzter Gang. Wir werden jedoch bald an der Waffenkammer vorbeikommen, also bereitet euch vor.« Thor fragte seinen Bruder plötzlich. »Hier wurdest du festgehalten, nachdem du vom gebrochenen Biefröst gefallen bist?« Loki seufzte. »Zum Großteil, ja. Die Schitauri durchstreifen die Plätze zwischen den Welten. Und ich bin auf ihre Kolonie gestoßen, nach einigen Verhandlungen wurde mir Zuflucht gewährt.« Was auch immer diese Verhandlungen beinhalteten, ließ er dabei aus. »Daher kennst du die Pfade,« sagte Bruce, seine Stimme klang angespannt. »Nein,« antwortete Loki und erklärte dann, »das ist nicht die Kolonie, die ich fand. Ich bin erst vor kurzem auf dieses Areal gekommen. Dies ist der Pfad, den ich mich entlang schleppte, als ich mit Stark gefangen war. Ich habe mir die Wege und die Kurven gemerkt, trotz Augenbinde.« Das ließ die Avengers verstummen. Niemand wollte auf die Tatsache antworten, dass dies der Pfad war, den Loki jedes Mal gehen musste, wenn er gefoltert wurde. Sie gingen still weiter, das einzige Geräusch waren ihre Schritte. Der Tunnel wurde weiter, gedimmt, beleuchtet durch die Fackeln. Die porösen Steinwände ließen das Licht besonders tanzen und hatten einen eigenen Charme, wenn man das so nennen konnte. Über ihn sah man den dunklen Himmel voller leuchtender Sterne, auch wenn es keinen Mond gab. Toni war sich nicht sicher, ob sie in diesem Fleckchen all überhaupt Monde hatten. Es führten mehrere Tunnel aus diesen Höhlen und Loki nahm einen zu ihrer Linken. Toni wurde allmählich mulmig, da sie immer noch nicht auf Schitauri getroffen waren. Der Tunnel öffnete sich plötzlich in ein großes, weites Areal, über dem erneut der Himmel zu sehen war. Es war umringt von hohen Steinwänden, und Toni sah in ihm ein bekanntes Glimmern in der Ecke, das rot-goldene Schimmern. Auf der anderen Seite des Areals, auf den Steintischen, die Toni mehr als bekannt waren, war die Waffe, die er hätte zusammenbasteln sollen. Toni hätte am liebsten breit gegrinst. »Tja, da haben wir endlich mal Glück.« Es erklang ein tierischer, zischender Laut und plötzlich brach die Hölle los. Sie wurden von Schitauri umringt, die ihr plötzlich aus dem Nichts zu kommen schien. Sie strömten aus verschiedenen Höhleneingängen oder aus ihren Verstecken hinter den Steinen. Die Avengers agierten sofort. Toni hörte die Schüsse von Natascha, das Lied der Pfeile von Clint, das metallene Geräusch von Steves Schild, das Sohren von Mjölnir und das Zischen der Messer Lokis. Er fügte dem Ganzen noch das Geräusch seines Repulsors dazu und versuchte sein Bestes, die Kreaturen mit ihnen verdammten Taser-Sperren von ihm fernzuhalten. Mittlerweile hatten diese Monster ein paar neue Spielzeuge. Er sah die riesige Gestalt des Hulks, der die Kreaturen auseinanderriss, und die Toten als Keulen, um die Lebenden niederzumetzeln. Es brach das Chaos in der Umgebung aus. Sie hielten die Schitauri nur schwer von sich fern. Mehr als einmal musste Toni einem seiner Gefährten aus der Patsche helfen, und im Gegenzug dazu halfen sie ihm, wenn er zu Boden gerissen wurde, was zu oft geschah, wenn man ihn fragte. Irgendwann war Loki an seiner Seite, warf Messer, die aus dem Nichts aufzutauchen schienen. Nach einer kurzen Analyse bestätigte Jarvis ihm, dass sie aus Eis gemacht waren. Er erinnerte sich, dass der Gott eigentlich ein Eisriese war. »Wie laufen die Systeme?« rief der Gott über die Kampfgeräusche. »Traumhaft«, antwortete Toni und schickte drei Schitauri mit einem Schlag rückwärts. »Das Upgrade scheint perfekt zu funktionieren. Nettes Eisdings übrigens.« Er sah Loki in seinen Augenwinkeln grinsen, und dann wurden sie wieder getrennt. Captain America fand sich plötzlich an Tonis Seite wieder. »Der Strom reist einfach nicht ab«, rief Steve und schlug einem der Kreaturen das schlangenähnliche Gesicht mit seinem Schild ein. »Bist du etwa müde, alter Mann?« zog Toni ihn auf und schoss weiter mit seinem Rupulsor Strahlen auf die Feinde. Die Worte brachten ihm ein Grinsen auf die Lippen. »Nicht mal in deinen Träumen.« Sie kämpften bereits gefühlte Stunden. Ihre Feinde nahmen allmählich ab und die Leichen türmten sich auf dem Boden. Toni war innerlich froh, dass sie noch nicht auf diese riesigen Walfiecher gestoßen waren, die Leviathane. Das war wenigstens ein Problem weniger in dem Kampf. Ein ohrenbetäubender Schrei riss die Aufmerksamkeit der Avengers zu sich. Als Toni sich umdrehte, sah er eine Gestalt mit Kapuze und einer Maske, die die Hälfte seines Gesichts bedeckte, das Areal betreten. Ein Schauer von Angst durchzog ihn, als Toni sah, was die Gestalt trug. Das blaue, strahlende Zepter, welches er zuletzt bei seinem Gott des Unheils gesehen hatte. Wie sie es von Shields Fängen bekommen hatten, wusste er nicht. Der Stab wurde auf die versammelte Gruppe gerichtet, die er starrte, als die Schitauri sich zurückzogen und sie verspottete. Der Hulk warf sich ihnen entgegen, wurde jedoch von einem hellen, blauen Lichtstrahl zurückgeschleudert, der aus dem Zepter kam. Im Raum wurde es still, als der Anführer bedrohlich auf sie zuging. Er sprach in einer Stimme, die Belustigung ausdrückte, und seine roten Zähne waren zu sehen. »Loki, du bist zu uns zurückgekehrt, hast dich jedoch gegen uns gewandt. Wankelmütiger Gott, der du bist, wann wirst du wieder die Seite wechseln?« Loki trat angespannt einen Schritt nach vorne, war bereit, zu kämpfen. »Du wirst nicht auf diese Art mit einem Gott sprechen, Huggles zu dir. Wer ist das, Bruder?« fragte Thor, Mjölnir erhoben und bereit. »Der andere«, knurrte Loki, »der Bastard, der uns gefangen genommen hat,« fügte Toni hinzu und zielte mit dem Rupulse auf die Kreatur. Er suchte noch nach dem perfekten Winkel, um den tödlichen Schuss auszuführen. Er wurde mit einem blauen Strahl belohnt, der seine Rüstung traf und ihn rückwärts gegen die nächste Wand warf. Toni legte in dem Moment hoch, in dem Loki angriff. Die Szenerie schien so unwirklich, viel langsamer, als es wohl in Wahrheit ablief. Als Loki auf seinem Feind zulief, hob der andere das Zepter und ziehte auf Lokis Brust. Die Augen des Gottes wurden groß, als er versuchte, sich zurückzuziehen, doch es war viel zu spät. Die Spitze traf auf seine lederne Rüstung und glühte blau. Er wandte sich, krümmte sich still und fiel dann auf den steinernen Boden. Der andere lachte erneut. Seht ihr, der wankelmütige Gott hat sich wiedergewendet. Toni beobachtete schockiert, wie Loki sich erhob und den Avengers zuwandte. Seine Augen glühten plötzlich blau. Erneut. 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 Erneut.